jo leute was geht ab denn um ist am stil heute wieder mit obox am start wir spielen den granny simulator und leute das game ist überwitzig wo bist du gott ich muss meine medikamente nehmen ich glaube ich brauche meine eine pill ja die brauche ich ja hier alles mitnehmen das wird böse jetzt eine überraschung für die ich hab dir was gebastelt wie jetzt ich brauche ich brauche meine pillen leute niemals eure babys muss meine aufgabe hier ist jetzt meine blumen erstmal gar keine blumen kleines kack baby komm her das darf mein glas schnell weg das war richtig close oha das ist das für ninja baby also leute was ist das hier leute seht ihr das ei 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 omi ich habe eine ganz besondere überrasse kommenten nehmt ja sehr gut omi nimm das alter jo was ist denn hier passiert ohohohoho Junge das ding schallert ja wieder anders das lemon wo bist du м du kackbäby ha nein nein tu mir nix uh ich werd getasert oh mein gott Geh weg! Geh weg! Oh mein Gott, Leute! Nein! Schnell die Pflanzen gießen! Omi! Ich finde dich! Alter! Ist das hier Jackass oder warum kriege ich 40.000 Volt in meinen Körper, Mann? Ah, was haben wir denn hier Schönes, Omi? Ey, bei mir backst du einfach im Boden rum, Digga. Was ist das denn? Omi, Mensch! Steh mal wieder! Äh? Du hast bei mir keine AP verloren. Was ist denn das für ein Game jetzt? Du lagst eben die ganze Zeit bei mir auf dem Boden. Leute, Leon hackt. Er hat Schiss vor dem Baby. Klein Junior! Omi! Mensch, Omi, du... Nimm den! Oh! Oh, was war das? Du, du, du ver... Hast du mir zum Schlüssel abgeworfen? Digga, du verlierst ja gar kein Leben mehr. Bist du unverwundbar? Ich bin Monster, Omi, hä? Ja? Oh nein! Omi, ich hab noch was mitgebracht! Ich hab dir was gewastelt! Oh Gott! Nein! Mensch, Omi! Aua! Du kannst doch nicht mit dem Messer auf dem Baby losgehen, Mann! Was bist du denn für jemand? Leute! Ohne Ehre! Bist du in deinem, in deinem kleinen Räumchen? Nee, ich komm jetzt erstmal nicht mehr wieder. Das war mir zu viel grad. Wo ist er? Mensch, Omi! Ich hab Lust auf Blut! Oh! Ich hör dich doch! Oh! Nein, 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 nein! Moin! Wer? Ist das... Ist das Pfefferspray? Oh! Oh mein Gott! Ja! Er hat mich... Du taserst mich, gießt der Pfefferspray, also so geht man nicht mit mir. Ich so... Na du, na du! Nimm das, ey! Oh, ja! Ich hab... Ich hab so ein Ding in meinem Arm! Omi, ich werde mit dir heute noch eine Afrechnung machen. Oh, guck mal hier das Glas, hast du Durst? Nimm! Okay. Omi! Du darfst keine Pflanzen gießen! Hör, leg den Teller wieder hin, der ist teuer, das ist Porzellan! Komm mal her! Komm mal her, Omi! Nimm den Teller, Alter! Komm jetzt her, hör! Gib oben ein Klüßchen, ich verzei dir! Wirklich? Gib oben ein Klüßchen, komm her! Tut mir echt leid! Hey! Alter! Junge! Der... Der Tisch ist kaputt gegangen und... Oh, dafür wirst du büßen, klein Jeffrey! Dafür wirst du büßen! Omi! Du kriegst jetzt den nächsten Teller aus deiner Silbersammlung! Ich muss hier erstmal hochgehen! Guck mal da oben! Jeff, du legst den Teller... Oh, verdammt! Das hat nicht gehittet! Ich werde dir jetzt in dein Babybed pinkeln, ne? Wie gefällt dir das? Nein! Oh, Digga, bitte mach nicht diesen! Ist doch ein bisschen Medizin, die brauche ich auf jeden Fall! Aber warum legt der eigentlich eine Flasche in der Toilette? Das hast du jetzt schon wieder gemacht, hä? Mensch, Omi! Da hab ich ja noch was Nettes für dich gefunden, du! Willst du das mal sehen? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Hör auf! Hör auf! Hör auf! Omi! Omi, guck mal! Hast du deinen Hammer? Da! Nimm den Hammer! Oh! Oh! Okay! Ach, Mensch, Omi! Komm mal her! Komm mal her! Nein, du kleines Ding! Oh mein Gott! Nein, 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 nein! Nicht treten! Bitte, Omi! Bitte nicht! Aua! Geh in deinen Raum zurück! Nein! Nein! Mensch, Omi! Omi, das war's für dich heute! Junge, hörst du ins Fenster reingeflogen? Alter, dieses Spiel ist so brutal, Mann! Oh nein, was ist denn hier los? Was kann man hier alles noch so nehmen? Oh, das ist verschlossen! Ich kann nix sehen! Warte mal, ich brauche... Oh, ich hab ganz schön viel Energie als Baby, ne? Oh, das ist verschlossen! Ist aber entspannt! Mensch! Ja! Oh nein, die... Ich brauche meine Pillen! Oh! Oh! Oma! 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 Oma, ich weißö llama! Oma! Oma! Weißt du was da jetzt passiert? Oma! 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 Oma... Ich bin draußen! Junge, du zerkaut rubbish! Wie sollte nicht draußen sein? Oma, Oma! Ich muss die Pflanzen gießen! Das ist sehr wichtig! Toma! Oma! Oma, weck mit dir los, Kleine... Nein, nein, nein. Komm her. Gugu Gaga. Bats. Mann, Oma. Oma, bin ich eigentlich Ninja-Umi? Oh, Digga, ich soll nicht da hinkommen. Och, Alter. Leute, Alter, bis hierhin läuft es ganz gut. Oh. Mensch, Kleiner. Mach doch nicht diesen. Na mal, Oma, warum hast du nichts verstaut in den Sachen? Das denn hier? Ich habe Angst vor dem kleinen Hosenscheißer. Oma. Aua. Sag mal, was soll das denn jetzt? 3 HP? Ja, Digga, da hast du wohl nicht lange geloadet. Oha. Leute, Leon is bad as fuck. Geil. Bats, Oma. Alter, das kriegst du wieder, du kleiner Hund. Bats, Oma. Ja, der Taser, rein damit. Oma. Komm her, mein Kleiner. Nochmal. Willst du noch mal eine Abreibung? Baby-Football. Jawohl. Mensch, Kleiner. Erstmal den Taser drücken. Oh, ich muss noch mal in den Garten. Oh nein, was ist denn hier los? Mensch. Oma. Alter. Sag mal, Kindchen, wie soll ich denn jetzt hier aus dem großen Garten kommen? Nichts gut ist. Oh, nee. Oh, jetzt muss ich aber ein bisschen ziehen, doch. Oh. Alter. Oh. Oh nein, nein. Jetzt kommen die großen Geschosse. Mensch, Kindchen, nein. Keine großen Geschosse. Bleibt doch mal locker. Oma. Wo bist du, Oma? Oma, bist du im Garten? Nein, Kindchen. Kindchen, mach nicht diesen. Aua, Alter. Das tat richtig weh. Oh, steckt ein Messer in meiner. Oh, fuck. Ah, was habe ich denn hier für eine Kiste? Oh, ho, ho. Oma. Oma, komm mal her. Oh, nein. Oma? Nein, Kindchen, lass mich mal. Wer mit dir? Komm her, jetzt bist du dran, Kleiner. Jetzt bist du dran, Kleiner. Komm her, wenn ich dich erwisch. Kuckuck, Gaga. Komm schon, das gute alte Pfefferspray. Leute, Mann. Es ist so heftig close alles. Mensch. Oma. Nein, nein, komm noch mal. Jetzt lass es doch mal kurz. Oma? Kindchen? Oma? Oma, was machst du denn da für? Du machst mir gar nichts hier hinten. Komm, du kleines Stück Racker. Oh, mein Gott. Weg mit dem Ding. Mensch, Kindchen, weg mit dem Ding. Oma. Oh, nein. Ah, ich brenne. Oh, ich hab noch was für dich. Oh, nein. Oh, nein, Leute, jetzt kommen die dicken Dinger. Oh, scheiße. Oh, Oma. Alter. Das tut aber ganz schön weh, so ein Ding im Bein, hä? Komm her, Kleiner. Ey, Leute, ich bin so am Arsch. Oh, nein. Oma. Das kannst du doch nicht machen. Oma. Oh, Gott. Im Himmel. Komm her, du. Komm her, du. Das tut ganz schön weh hier. Oh, was haben wir denn hier? Oma. Oh, jawohl. Nein. Oh, ich bin ziemlich weit gekommen. Ja. Guckt euch dieses Psycho-Baby an, Alter. Hat das eigentlich rote Augen? Nee. Jo, Leute, das war's mit einer Folge vom Granny Simulator. Falls euch die Folge gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Haut mal ein Abo rein. Schaut auf jeden Fall noch bei Oblox auf dem Kanal vorbei. Zieht euch das Video rein. Und in dem Sinne, der No-How. Wooh. 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 Vielen Dank.